Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Los Forestos und äh, ja, wer sich noch erinnert aus der letzten Folge, wir haben lieben Besuch. Ich höre den gar nicht mehr. Ich frage mich übrigens, ganz kurz, ich frage mich gerade, das habe ich mir gerade so überlegt, man bräuchte so einen Doppel-Eingang, wo man hier, hier so einen Eingang hat, äh, hier so einen Eingang hat und dann muss man erst da rein und dann so gehen und dann so oder vielleicht ein Dreieck. Einfach Eingang, dass man nochmal so gehen muss, das muss doch mega sicher sein, oder? Außer natürlich, wenn, wie man im Endscreen mal sieht, äh, die Muschikläuse in der Welt rumlaufen, dann könnte es, glaube ich, gefährlich werden. Die hauen wieder ab. Das ist jetzt nicht sonderlich mutig von mir gewesen, aber ich wollte auch nicht dumm sein, weil bei sechs Leuten, ich glaube, das wäre noch nicht so gut gewesen, was wir jetzt erstmal machen. Ach, Dearskin haben wir jetzt ja auch. Äh, Lizardskin, increases Armor, Decoration, kann man benutzen in Crafting. Okay, Lizardskin, eins, zwei, drei, vier, ach ja, da kann ich ja direkt da gucken. So, zack. Hier war dann, erstmal so ein bisschen umständlich hier alles so zurechtzubügeln, lalalala. Man kommt doch öfter mal durcheinander mit linker und rechter Maustaste, wann was richtig ist, lalalala. Wie gesagt, die Leaves werden natürlich umso seltener, je mehr Lizardskin wir verbrauchen. Ähm, das heißt, vorher hatten wir die immer im Überfluss, jetzt momentan geht es so. Gut, was ist das denn? Ach, Wristwatch, okay, für Zeitbomben und sowas, können wir auch noch, machen wir auch noch alles, also kein Problem. Jetzt erstmal wieder, aha, ja, wir sind, man kann uns im Dschungel überhaupt nicht mehr erkennen mit dem weißen Hemd und so, wir sind quasi unsichtbar. So, da hinten hauen die gerade ab. Ich glaube, die verprügeln gerade ein Kannibalen. Wir hätten ein Fenster bauen sollen. Na, du alte Schnäpfe. Siehst ja ganz schön scheiße aus. Geh mal auf die Sonnenbank. Nein, sieht gut aus. In Japan wärst du der Hit. Ach, guck mal, da warst du schon auf der Sonnenbank. Das ist natürlich gut. Und da ist, glaube ich, ist das der Kannibale? Ich glaube, die haben gerade Stress, die beiden. Der Kannibale geht rückwärts. Ich glaube, der hat da gerade ein paar Problemchen. Ja, geh rückwärts ins Feuer. Ja, geh rückwärts. Ja, das mit dem Feuer scheint echt gut zu klappen. Ich habe es ja gesagt. Ich glaube, da hinten ist noch ein Kannibale. Der ist ja gerade lang geflitzt. Und natürlich hier unsere Kollegen. Hey, ihr Süßen. Die zünden die anderen aber auch nicht an, ne? Warte, wie viele die hier auf einmal sind. Ich glaube, da wird wieder gekämpft. Und bei sechs Leuten, ich weiß nicht, ob das so gut ist, da rauszugehen. Auch wenn wir jetzt natürlich wieder Amor haben. Und auch gerade, wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf den Zähnen haben. Wut los. Mach den Mund zu. Fliegen, fliegen rein. So, die Kannibalen. Ah, ne, das ist sie. Kämpft gerade gegen den Kannibalen. Sie ist so eine Stammestochter. Und die Kannibalin haut natürlich ab. Da ist Meister Propper, seine uneheliche Tochter. Er fällt wieder vom Dach. Natürlich alle ins Feuer. Gut, dass wir das da positioniert haben. Das klappt ganz gut. Hat er sie gerade angezündet oder was? Ne. Achso, jetzt kann ich nur abgehauen. Sie latscht rückwärts. Schade. Hält dann an. Nicht. Ah, schade. Okay, du bist echt selten dämlich. Du hast es verdient zu brennen. Es tut mir echt leid. Also, wer so... Das werden auch immer mehr. Ach. Das war aber gerade ein Kannibale. Ne, ich dachte gerade, der Kannibale hätte hinten so ein Ding ins drauf. Das sah aus wie so ein Stammesführer. Aber jetzt verprügeln die einfach den Kannibalen. Okay, das ist auch gut. Wir bleiben einfach mal dezent hier in unserem Häuschen sitzen. Beobachten die Geschehnisse der Nacht. Schlafen können wir hier offenbar sowieso nicht mehr. Ich glaube, zum Schlafen ist so ein... Ja, ich glaube zum... Ich glaube, weil der Kannibale da gerade das Ding ins da auffrisst und die versucht da gerade was dran zu ändern. Ich glaube, als Ruhestätte ist so ein Platz im Dorf tatsächlich ungeeignet. Eigentlich sollte der jetzt im Feuer stehen. Nö, ich habe mir da nur... Ganz mutig habe ich hier, ganz todesmutig, habe ich den aus unserer sicheren Behausung quasi weggeschlatzt. Aber das soll mir recht sein. Da rollt ein Köpfchen. Durch die Szenerie. Das ist sehr spannend. Da hinten geht der Kampf weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir uns einmischen sollen. Sollen wir auch mal probieren. Aber das kostet uns nur wieder... Blocks und Sticks brauchen wir eine 28 jeweils. Das kostet uns dann nur wieder Energie und sowas. Alter. So. Ich würde da schon gern zugucken. Da ist natürlich gerade Beef unter Mädels. Ich gehe mal hier entlang. Dann haben wir die mal ausgeschaltet. Ganz heimlich. Ich bin so gemein. Ich weiß. Aber... Es funktioniert immerhin. Wieso verschwinden die Zähne eigentlich gleich? Das finde ich doof. Nehmen wir die dann automatisch auf? Oder... Wie ist das? Ich bin mir da jetzt echt unsicher. Weil die Zähne... ...verschwinden fast instant. Und alle tot. So. Ganzes Völkchen ausgelöscht. Da fühle ich mich jetzt richtig wie so ein... Ich fühle mich jetzt wie ein... Ja. Ja. Wie so ein... Wie so ein Amerikaner. Fühle ich mich jetzt quasi. Da rollt noch der Kopf vom letzten Ureinwohner. Den können wir noch mitnehmen. Hier muss ich vorsichtig sein beim Feuer. Die Zähne nehmen wir natürlich gerne mit. Da können wir uns... ...hübschen Schmuck draus basteln. Hier. Perlen. Da können wir das Land für abkaufen. Ähm... Das Beinchen kommt mal weg. Das Köpfchen kommt auch mal weg. Dann können wir hier... ...das Zähnchen nochmal nehmen. Da haben wir noch ein paar Zähne. Lalalala. Ich muss trotzdem noch... Ich darf nicht zu viel labern. Weil ich hab das... Ich hab immer noch Angst, dass ich hier... ...eventuell irgendwelche Schreie von Eingeborenen überschreie. Ah! Kuh, ne Dose. Alter. Wir werden hier so viele Körperteile rumfliegen haben. Das ist echt nicht mehr feierlich. Also eigentlich müssten wir ein Effigie hier bauen. Riesiges. Aber... 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 Naja. Da haben wir noch einen schönen gehäuteten Lurch. Da haben wir noch einen schönen lebenden Lurch. Äh... Noch eine Dose. Sehr gut. Ähm... Ein bisschen Geld. Alter... Zähne. 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 Ich weiß nicht genau, ob unser... Ich glaub, unser Stick ist tatsächlich noch stärker geworden. Wenn wir den... Wenn wir den noch weiter hinkriegen, dann wird er bestimmt zum One-Hit-Wonder. Ich weiß allerdings nicht... Hier, nochmal einen Zahn aus dem Arsch ziehen. Ich weiß gar nicht, wer da reingebissen hat. Ähm... Ich weiß allerdings nicht, wie viele Zähne Maximum sind auf dem Ding. Ich hab keine Ahnung. Und ob einem das angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Leider füge ich hinzu. So. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Ich freu mich sehr. Alter, wie viele Leichen. Can't carry anymore heads. Alter, wie viel... Wie viele Zähne, wie viele Leichen. So, hier noch. Mein Magen grummelt. Es ist inzwischen halb sechs Uhr morgens. Und ich glaub, ich hab langsam echt Hunger. Vor allem, wenn ich die ganzen Leichen hier sehe, dann... Hm, ah, da will ich ja auch mal gerne reinbeißen. Aber geht ja immer nicht. Wegen der Diät. Da hat der Doktor gesagt, nee, Menschenfleisch bis auf weiteres erstmal nicht. Hab ich natürlich ganz traurig geschaut. Und da hab ich natürlich gefragt, aber komm, ein bisschen muss doch drin sein. Alter, überall Zähne, Zähne, Zähne. Ja, Federn. Mist. Federn. Scheiße. Federn. Ich glaub, ich hab aus... Hab ich einen Lurch aus Versehen getroffen? Weiß ich gar nicht. So, da hinten ist noch eine Feder. Die holen wir uns auch noch, weil wir brauchen alle möglichen Federn, damit die Waffe noch schneller wird. Also, noch schneller wird, als sie sowieso schon ist. Ich find die Waffe hammer. Die gefällt mir echt gut. Und das Gute ist, wir haben noch drei, wir haben noch drei Dinger, noch drei Stickys. Ich hoffe nur, äh, wir müssen die niemals neu craften, weil dann fehlt uns ja, dann fehlen uns ja die ganzen Upgrades. So, und je mehr Blut und Füße und sowas hier rumliegen, desto mehr Vögel, oder wat? Kommt mir grad fast zuvor. So, jetzt mach ich mal folgendes. Ich wechsle mal wieder auf diese hier. Wir holen erstmal da hinten. Ich glaub, wir bauen gleich erstmal ein Locksled oder so, ne? Achso, die jetzt waren ja die Fake-Blumen, auf die ich immer wieder reinfalle. Ob die U-Reinwohner dann, huch, ob die U-Reinwohner dann später eine ihrer Patrouillen vermissen eigentlich? Ich mein, die müssen ja zumindest irgendwo, müssen die sich ja treffen und dann so eine kleine U-Reinwohner-Party feiern, da so, uh, 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 uh. Und, uh, dann feststellen, oh, Hans und Fred und die Kollegen fehlen ja alle und dann, äh, äh, müssten die noch theoretisch Suchtrupps losschicken und dann vielleicht, na gut, anhand der Zähne können sie nicht mehr identifiziert werden, das ist ganz praktisch, aber trotzdem müsste es doch auffallen, dass die eventuell, naja, abspenstig sind, sag ich mal. So, ah, und jetzt kann ich hier, kann ich wieder mitnehmen, ja. Wir müssen, weißt du was, ich esse jetzt erstmal was, bevor wir das nicht machen. Aber wir ja weiter auf- und ausbauen, esse ich erstmal was, weil das war eine anstrengende Nacht. Ein Riesen-Effigi könnte ich hier echt mal bauen, dann können wir die ganzen Körperteile zumindest mal einsetzen. Und, ähm, ich hoffe, es funktioniert noch so wie früher, dass es die U-Reinwohner fernhält. Ich hab nämlich gelesen, das soll inzwischen die U-Reinwohner anlocken, was total dämlich wäre, ohne Ankündigung irgendwie, äh, zu machen. Hallo? Achso. Hä? Kann ich auch gar nicht anklicken. Wo sind denn hier? Ach, da. Hä? Mist, jetzt. So, jetzt hier, lalala. Boats. Und dann mach ich mal hier Arm-Effigi. Ne, Large-Effigi mach ich hier mal. Mach ich hier mal. So. Macht sich ganz gut hier auf dem Marktplatz. Dafür brauchen wir noch ein paar Köppel und ein paar Beine und alles Mögliche. Hier Beine haben wir zur Genüge. Also ich glaube, an Körperteilen wird es uns nicht mangeln. Wir haben Besuch. Hier hat noch jemand irgendwo einen heilen Körper gefunden. Offenbar da vorne. Zähne! Gib mir deine Zähne! Da war ich jetzt ein bisschen übermütig. Hat er mir einen Lurch geklaut? Boah, ach, scheiße. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Das war jetzt, äh, das war doof. Das hätte er übel enden können. Alter, Lurch, geh weg. Ach, da haben wir wieder so eine komische Waffe von dem Typen. So, hab ich jetzt, äh, da hab ich jetzt, äh, hab ich mich ein bisschen verzockt. Da hätten wir jetzt, äh, das hätte er wirklich übel enden können. Aber zum Glück haben wir es noch geschafft. Denn wir hatten keine Ausdauer mehr momentan. Deswegen war die Waffe wieder so langsam. Neun Köpfe, neun Arme. Ich war, äh, wäh? Okay, ein Arm fehlt, glaub ich, noch. Ich glaub, jetzt zählt die Dinger gar nicht runter so richtig. Da haben wir noch einen Arm. Ich guck mal ganz kurz, war's das an Armen? Neun Arme. Ich glaube, da fehlen noch zwei Arme, wenn ich das richtig sehe. Zwei Arme und ein paar Köpfe. Und natürlich Stickys und so. Ähm, wo die Köpfe hingerollt sind, das ist leider immer ein Problem. Die Köpfe rollen halt sehr schnell, sehr gerne weg. Arm. Da haben wir noch einen Kopf, der zum Glück nicht weggerollt ist. Haben wir denn noch einen Arm? Da haben wir noch einen Arm. Huch. So sicher wie das Armen in der Kirche. Den hauen wir jetzt mal direkt da dran. Die Arme haben wir vollständig, aber Köpfe brauchen wir noch ein bisschen. Und natürlich Stickys und, äh, 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 Rocks. Jetzt brauchen wir Köpfe. Und das Problem ist, dass Köpfe wirklich gerne sehr schnell sehr wegrollen. Und wir werden die alle nicht finden. Hier ist einer. Oh, da ist noch einer. Aber wir können natürlich... Hä? Ist blöd, dass wir immer nur einen Kopf tragen können. Jetzt muss man 10.000 Mal hin und her laufen. Das ist echt blöd. Es müsste irgendwie so einen Beutel geben, in den man die Körperteile rein, äh, reinfüllen kann, sozusagen. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen... Das wäre fast noch ekelhafter. Wobei, ich glaube, das macht eigentlich fast keinen Unterschied, ob man die jetzt... Ob man die abgetrennten Körperteile jetzt in den Beutel füllt oder so mit sich rumschleppt. Äh, so. Wie viel brauchen wir noch? Eins, zwei, vier. Und... Hä? Da fehlt aber noch ein Arm. Ich habe gerade übrigens wieder einen Schrei gehört. Ähm, vier Köpfe sollten hier locker zu holen sein. Das Problem ist nur, ich weiß halt nicht, wo die sind. Da ist noch einer. Das ist einer mit Feuer. Und ich muss dringend was trinken, sonst kriege ich den auf gar keinen Fall mehr gewuppt. Kollege, denk mal drüber nach. So, wir brauchen Köpfe, habe ich gehört. Zähne natürlich auch, aber Köpfe. Ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Ich hoffe, das war ein Einzelpatient. Pock, 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 Pock. So ganz einsam. Ja, das Problem ist, wir müssen jetzt leider in der Hütte zerlegen. Hä? Habe ich den Kopf jetzt genommen oder fliegt der hier nur rum? Ich bin mir ja gar nicht so sicher. Wir schauen mal. Ich hänge jetzt hier erstmal ganz kurz. So. Und dann brauchen wir tatsächlich nur noch ein oder zwei Köpfe. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall Stickies. Es ist kaum zu glauben, dass wir mehr Körperteile haben als Stickies und Steine. Das ist fast schon eine traurige Angelegenheit. Haben wir denn hier noch irgendwo einen Kopf, der noch nicht allzu sehr weggerollt ist? Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Ich hätte das Effigy tatsächlich gerne fertig. Halt den mal mit. Weißt du was? Das Ding dann auch mit. Und das Ding auch. Können sie gucken, wo sie bleiben. Dann können wir die alle abreißen. Und vielleicht kommen die dann nicht mehr ganz so oft vorbei. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ob deren Effigies damit zusammenhängen, wie oft die hier vorbeischneien. Das kann ich leider nicht sagen. Es ist sehr schön sonnig. Es müsste hier echt so ekelhaft nach Leichenteilen stinken. Hey. Achso, das ist ein Bein. Kein Kopf. Das ist so ein Sticky, oder? Kann das gerade gar nicht. Naja. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Da liegt noch ein Arm. Also muss hier noch irgendwo eine Leiche sein. Ja, ich glaube, die letzten Köpfe. Vielleicht warten wir auch mal auf den nächsten Besuch oder auf die nächsten Kannibalen. Ich weiß es nicht. So, zwei von sechs Steinen. Da können wir noch ein paar Steine hinmachen. Dann brauchen wir wirklich nur noch Köppe. Aber jetzt wollte ich eben erst mal... Habe ich gerade wieder was gehört? Ich dachte gerade, ich habe gerade wieder einen Schrei gehört. Und dachte, da trägt jetzt wieder jemand dazu bei, dass wir hier weiterkommen. So. Jedenfalls hier... Da ist ein Sticky wenigstens. Ähm... Da ist diese Plattform dran. Und den da müsste ich eventuell behalten. Den dahinter allerdings nicht. Ich hoffe, hier kommen jetzt keine Kannibalen wieder. Ähm... Alter, jetzt habe ich gerade die Schritte gehört. Das hat mich voll verjagt, weil ich dachte, da wäre schon wieder jemand angelaufen. Aber wir haben gerade so ungünstig hier von diesem Stumpen abgeschlagen, dass wir bestimmt waren. Okay. Ach, scheiße. Jetzt habe ich vergessen, den Timer wieder zu stellen. Ich vollidiot. Jetzt sehe ich nicht, wie lange die Folge wird. Großartig. So. Nein, 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 nein. Ja. Gott sei Dank. Schwupps. Schwupps. Die haben wir gefangen. Und da, Alter, wie hoch ist das denn geflogen? Kam eben erst runter. Äh, die Frage ist nur, wohin? So, das haben wir. Und hier. Ich hasse das, wenn die einfach so rumfliegen. Ach, da. Und da war noch einer. Sehr gut. Ich hasse das, wenn die einfach so rumfliegen und man dann gar nicht mehr sieht, wo die eigentlich hinfliegen. So, Sticky Stickmann nehmen wir auch mit. Brauchen wir eh noch für ihr Fiji. Sieben von vierzehn. Ähm, sehr gut. Das heißt, hier haben wir noch diesen einen. Den hätte, ach, den wollte ich behalten, falls der mal ein eingeborener hochklettert. So als kleines, äh, als kleine Besonderheit. Und theoretisch dann, ja, den wollte ich vorsichtshalber behalten. Den da unten würde ich dann auch gerne behalten. Aber den dann wiederum nicht. Ich hoffe, das geht alles. Wahrscheinlich funktioniert das alles überhaupt nicht, wie ich mir das vorstelle. Weil man kann die Dinger ja gar nicht drehen am Baum. Auch wenn da ein Rotate-Icon ist. Aber bis jetzt konnte ich noch nie so eine Plattform rotieren lassen. Was eigentlich schade ist. Und ich würde gerne das Dorf quasi ein bisschen umrunden mit den Dingern. Also nicht ganz umrunden, aber zumindest so ein bisschen, dass man da so ein paar Plattformen hat, auf denen man da so rumhücken kann. Das wäre schon ganz traumhaft. Ja, sehr gut. So, wo das letzte, da ist das letzte, okay. Klemmt da am Baum. So, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen überflüssigerweise hin und her. Normalerweise hätte ich natürlich erst alles fällen müssen und dann, äh, dann da reinklatschen. Aber ich wollte gucken, also ich war mir nicht sicher, ob wir dann noch wissen, wo die, wo die einzelnen Stämme hingeflogen sind. Das wollte ich gerne verhindern, dass uns da was entgeht. Und das Ding hier bruchen wir auch nicht, behaupte ich mal einfach. Ich habe nur das Gefühl, dass wir später, wir müssen dann wahrscheinlich nach unten gehen und da die ganzen Bäume hops nehmen, weil es hier oben auf jeden Fall nicht mehr reichen wird. Wenn wir noch Brücken ziehen wollen, dann wird das auf jeden Fall zu knapp. Deswegen müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen unten, eigentlich wollte ich ja noch in die Höhle gehen. Das machen wir aber auch noch. Nur nicht unbedingt, nur nicht unbedingt jetzt. So. Sehr gut. Nächste Plattform ist fertig. Glaube ich. Also nicht jetzt sofort, aber gleich. In einem Minütchen. So. Ein Baumstamm fehlt da noch. Und dann müssen wir, können wir da hinten, da hinten, können wir den ganzen Wald wegreißen. Ist mir dann auch egal. Dann brauchen wir halt ein paar Lockslets oder was auch immer. Da müssen wir ein bisschen umlagern vielleicht. Dann brauchen wir ein paar Vorratsdinger. Ähm. Jetzt haben wir das Ding und das Ding. Jetzt würde ich gerne mal gucken, können wir da eine Brücke bauen? Das würde mich mal interessieren. Äh. Bittiputipa. Bittipu. 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 Da. Linke Maustaste. Na. Mehr schlecht als recht. Hier wird's gehen. Sieht ein bisschen scheppig aus. Da würde ich fast schon hier machen. So. E. Braucht. Boah. 49 Loks. Da können wir das machen. Und wenn wir dann die Plattform da drüben noch fertig machen. Dann können wir vielleicht. Das wird natürlich ein bisschen länger dauern. Aber du siehst schon, wo wir hinwollen. So dass wir hier ein bisschen so festungsmäßig was machen. Theoretisch wäre es cool, wenn wir dann hier Zäune machen könnten. Wäre im Wald wahrscheinlich praktischer als direkt hier beim Dorf. Aber wenn man dann hier Zäune machen könnte um so ein Ding drum rum. Dann hast du halt wirklich eine Festung, wo du oben auf den Palisaden rumlaufen kannst. Und die Viecher kommen nicht durch die Bäume durch. Äh. Durch die Zäune durch. Theoretisch. Bis Muschi Klaus in Aktion tritt. Und sämtliche Pläne zunichte macht. Wahrscheinlich. So. Haben wir denn noch Köpfe? Verdammt. Hier muss noch mindestens ein Kopf. Muss doch hier noch rumfliegen. Aber das Blöde ist, wenn die wegrollen, dann ist die Chance sehr klein, dass man die noch findet. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Köpfe finden werden. Nee. Einen Logslet würde ich mir dann doch gerne bauen. Aber ich habe Angst, dass wir den verlieren, eventuell. Weil sonst müssen wir echt zu oft hin und her laufen. Ich bastel den mal hier hin eben. Ich habe nur Angst, dass wir den echt verlieren. Weil die sind wirklich, äh, sehr unsichtbar im Wald. 16. Habe gerade wieder was gehört. Aber ich glaube, das war was anderes. So. Stickies müssten wir doch eigentlich genug finden hier. Ich hau mal das Ding erstmal weg. Ich weiß, wir, äh, komm, wir essen erstmal was, bevor wir jetzt weitermachen. Das ist sinnvoll. Den nehme ich immer mit. Und dann, dass wir den Logslet basteln können. Das wäre schon mal ganz von Vorteil. Äh, ach ja. Die Kaninchenfalle. Und ach, da guck mal, der Tisch. Hat sie zum Glück überhaupt nicht festgebackt. Aber ist egal. Da unten stört er mich auch nicht. Da ist er mir egal. Theoretisch können wir dann hier nochmal ein Kaninchenkäfig bauen. Ähm, custom building. Was ist das denn hier? Experimental walls. Achso. Ähm, unendlich sehe ich da gerade. Items needed unendlich. Das ist ja beruhigend. Gartenlaube haben wir auch noch nicht gemacht. So, Rabbit Cage. So oder so? Hallo? Hallo? Watch the multiply. Funktioniert ja nicht so gut. Ähm. Diese blöde Brille nervt mich gerade wieder. So, Rabbit Cage. Jetzt geht's. Mach ich da mal hier hin wieder, ne? So. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Also wir werden erstmal Stickies sammeln, wie es aussieht. Dann machen wir jetzt erstmal den ganzen anderen Schrott. Da haben wir Seeds noch ohne Ende. Ähm, 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 ähm. Ich hau mal eben einen Lurch auf den Grill. Zack. Weil wir von Lurchen noch genug da draußen rumfliegen haben. Nee. Scheiß Körperteile hier überall. Naja. So, wir haben auf jeden Fall die Nacht überstanden. Das ist schon mal viel wert. Und zwar haben wir die ohne viel Aufhebens überstanden. Da bin ich echt happy drum. So. Lalalalalalalala. Lalalala. Eat. Eat, sleep, repeat. Den Lurch häute ich nicht. Auch wenn wir Lurchhaut brauchen. Aber ich bin jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen... Hier ist sogar ein Vogel gelandet. Der ist einfach verschwunden. Naja, ähm, ich wollte mir die Lurche holen, die hier quasi rumliegen. Hier liegt noch irgendwie ein Fuß drin oder so. Kann ich das Ding hier nicht... So. Kann ich mir nicht die Stickies nehmen und so? Diesen alten, diese alte Mauke nicht. Da kommt eine Spinne aus dem Fuß. Das ist auch ein bisschen ekelhaft. So, den Lurch kann ich nämlich mitnehmen. Das Fleisch, das hier einfach so rumliegt, kann ich einfach aufsammeln. Und wenn ich die Effigies hier platt mache, dann habe ich auch erstmal ein paar Stickies. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und ein Kopf. Wenn ich den finde. Das war ein Lurch. Der Kopf purzelt natürlich wieder. Den Lurch lasse ich leben. Lurch-Liebe heute mal. Ganz viel Lurch-Liebe. Denn die haben uns schon viel Freude bereitet, die Lurche. Und wir wollen ja nicht, dass die hier ausgerottet werden. Deswegen bin ich da auch mal ein bisschen sparsamer. Denn wenn wir hier in der Gegend noch was reißen wollen, wäre es toll. So, wenn wir da auch Rüstung kriegen würden. So, Schädel können wir nicht mehr nehmen. Haben wir schon genug. So, zack, 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 zack. Und den alten Grindfuß da unten, den können wir eh nicht mitnehmen. Ich möchte sagen, Gott sei Dank. Stickity Stickmans haben wir jetzt offensichtlich auch genug. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal die Sachen auf, die wir da noch übrig haben. Da fehlen noch... Komm, machen wir gerade nochmal hin. Achso. Ja, wir brauchen nur noch Köpfe dafür. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie viele. Das müsste jetzt eigentlich unten links auch stehen. Steht es aber nicht. Und bei dem Ding weiß ich noch nicht mehr, ob es funktionieren wird. Das ist natürlich großartig. Ja, naja, schauen wir mal. So, ciao. Nehmen wir alles mit, was wir tragen können. Hallo? Dann, da hinten war noch Effigis. Wir machen hier, wir nehmen alle Effigis auseinander. In der Hoffnung, dass da nicht so viel den Regenschirm würde ich gerne mitnehmen. Und die Schuhe natürlich auch. Glaube nicht, dass es klappt. Und übrig bleiben nur ein paar Stickys und ein Stein. Aber Schuhe wäre tatsächlich eigentlich praktisch und realistisch. Alter, wie viel Schädel. Halt. Ach, okay, das ist nur, ich dachte gerade, das wäre so eine richtige Schädel-Grafik. Aber das ist einfach nur so. Okay, hier noch ein Sticky, da noch ein Sticky. Und ich glaube, da noch ein Steinchen. Steine können wir nicht mehr. Stickys sind wir, glaube ich, auch schon voll. Es wird langsam Abend und ich weiß nicht genau, ob wir werden schlafen können. So, hallo, jetzt lass mich rein. 25 von 31, Mann, wie viel braucht man denn da noch? Das ist ja unverschämt, würde ich sagen. Lurch, geh weg. Gut, dass die Musik uns vorwarnt. Es wird wieder abends. Mann, ich wollte... Ich wollte zumindest die Kaninchenfalle noch gerne machen. Okay. So, da kann ich noch ein bisschen anfeuern. Ich fürchte, wir brauchen bald neues Laub. 102, na, das geht wieder. Ach, weil Bäume gefällt haben, genau. Ich sehe, die nicht vorbei waren dann, die Kollegen. Kratze ich mich an der Nase, hört man das? Wenn ich extra nah ans Mikro gehe. Toll. Nasenkratzgeräusche.de, die Sound-Datenbank. Habe ich extra nachträglich eingespielt? Habe ich mir lizenziert? So, Crafted Club. Ich weiß nicht, ob deren Waffe besser ist als unsere. Ist mir gerade egal, weil ich unserer vertraue. Weil die auch schon so ein paar Vorderzähne dran hat. Okay, die sind weg. Sind die jetzt einmal vorbeigegangen, weil wir die Effigis weggeräumt haben? Ich weiß es nicht. So viele Mutmaßungen. War hier nicht noch ein Effigie drin? Hier war das. So, hübsa. So, die Stickies waren mitgenommen. Und... Als hätte ich das nicht gesehen, Kollege. Als hätte ich das nicht gesehen. Ich glaube, die fressen da gerade. Aber wir haben noch alle Leichen weggeräumt eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie die da fressen können. Ich weiß nur, uns fehlen noch Köpfe. Da steht noch ein Kollege. So. Was machen die da? Die kommen alle da hin und hocken sich hin. Das ist so wie, als würden die in der Höhle beten. Beten die da? Oder was machen die da? Jetzt stehen die auf und gehen. Ein Meter. Und bleiben stehen und atmen schwer. Beten strengt an. Das sind wahrscheinlich sehr alte U-Reinwohner. Ich weiß es nicht genau. Was machen die da? Jetzt latschen die ein bisschen rum und verpissen sich wieder. Gucken uns nochmal an. Und gehen. Es muss einfach an unserem Imba Stealth Mode liegen. Apropos Imba Stealth Mode. Ich mache nochmal ganz kurz den hier. Ein, zwei, drei, vier, 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 vier. Können wir gleich mal gucken. Zack. So, und einmal anlegen. Schon haben wir den Imbar Stealth Mode wieder dran. So, hier, man erkennt uns null. Wir sind unsichtbar für das menschliche Auge. Tja, wenn es jetzt dunkel wird, ich versuche mal, ob wir schlafen können. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich hoffe, die sind weit genug entfernt. Weil ich möchte jetzt diese Nacht, ob das was wird mit der Falle hier, weiß ich echt nicht. Sie sind nicht weit genug entfernt. Ich glaube, die kommen auch bestimmt nochmal wieder, wie ich die so kenne. Diese ehlende Brut. Oh Mann, 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 oh Mann. Aber wir brauchen noch Köpfe fürs Effigie. Kann ich den Ball wenigstens mal rausschmeißen? Der nervt mich schon seit langem. Ciao. So. Der nervt mich für die Körperteile hier, die wollen einfach nicht loswerden. Gut, kann ich denn mal jetzt schlafen? Das ist wahrscheinlich ein Nein, denn sonst wäre es jetzt morgens. Ne, großartig. Ganz ruhig. Hier draußen pömpelt einer mit seiner Laterne rum. Ich heize noch mal ein bisschen. Ich hätte wirklich gern etwas, womit man die irgendwie locken kann. Mit so einem Geräusch oder irgendwie sowas. Mit diesem Steine- und Bällewerfen funktioniert ja nicht so gut. Und der scheint sich da ein bisschen festgebackt zu haben, offenbar. Ist ja wohl nicht der Einzige. Ach, das ist er. Okay. Der hängt da am Effigie fest, wie es aussieht. Ne, am Tisch. Der hängt am Tisch fest. Und der Tisch hängt am Effigie fest. Diese Tische sind so unnötig. Ich frage mich auch, woher die Ur-Reinwohner überhaupt das Konzept von Tischen kennen. Das wundert mich ja eh schon die ganze Zeit. Aber gut. Vor allem von fliegenden Tischen, wohlgemerkt. Die im Grunde genommen einfach nur nerven. Also wäre schön, wenn man die einfach mal rausnehmen könnte für eine Weile. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, der ist nicht alleine. Da sind noch andere. Wir brauchen natürlich noch... Alter, wie lange... Hallo. Ich glaube, wir haben die Sache ein bisschen in Wallung gebracht. Bitte nicht durch die Tür kommen. Das ist mir unangenehm. Ich habe nicht aufgeräumt. So, ich glaube, die Kaninchenfalle da drin bringt gar nichts. Die sieht jetzt einfach nur aus wie ein lustiger Hut. Hätten wir vielleicht draußen machen sollen. Hey! Hey! Ich komme gerade nicht raus. Ähm. Hallo? Ich höre sie doch da draußen rumstapfen. Da! Hauen die jetzt ab, oder was? Die haben uns doch gesehen. Offenbar sind wir ja wohl keine Bedrohung für die Herrschaften. Oder wir sind als gleichwertig zu erachten. Man weiß es nicht genau. Es ist beides möglich, natürlich. Ja, tolle Wurst. Was machen wir denn jetzt? Ich würde natürlich gerne rausschießen und da wieder eine Schlachterei anfangen. Aber das Problem ist... Ich mache mir immer Gedanken wegen der Lurchhäute. Wegen dieser... Wegen dieser Stealth. Wenn es nur Lurchhäute wäre, kein Problem. Aber Stealth-mäßig kostet uns das jedes Mal irgendwie 65 Blätter. Die wir uns momentan leisten können. Aber auf Dauer wird das doch ein bisschen knapselig. Da müssen wir mehr... Wir müssen noch ein bisschen mehr sammeln, damit wir das auf Dauer machen können. So, ich weiß nicht genau, wie weit die weg sind. Jetzt haben die einen schönen Tisch hier durchs Effigi gedreht. So, weg damit. Die Köpfe hätten wir echt brauchen können. So, soll ich jetzt losgehen und Sticks sammeln? Ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Leaves können wir natürlich machen. Sechs Leaves collected. Lalalala. Das geht ja immer ganz schnell hier. Dann kriegen wir da zwei. Da kriegen wir einen Leaf. Das lohnt sich fast gar nicht. So, den Sticky Stickmann nehmen wir mit. Den Fels können wir nicht. Okay. Ein paar Pilze essen geht immer klar. Hey Kinder, Pilze essen geht immer klar. So, die können wir nehmen. Die können wir nehmen. Das macht uns ein bisschen satt. Und ich denke mal, die da können wir auch nehmen. Hier sind aber schon viele Pilze. Da können wir echt, der Magen ist schon wieder voll. Da brauchen wir uns ja doch nichts auf den Grill schmeißen. Und da haben wir eh noch ein paar Leaves collecten gerade. Einfach um der Lurchigkeit ein bisschen vorzubeugen. Und in der Hoffnung, dass hier draußen keine Eingeborene rumschlawenzeln. Ich sammle gerade noch Stickys nebenbei, ne? Weil wir so viel mit Stickys gerade bauen müssen. Und ich hoffe, dass hier einfach mal keine Eingeborenen rumlaufen. Das sind keine Eingeborenen für Mutanten. Ist doch egal, die sind hier eingeboren. Die sind zumindest eingeborener als wir. So, vor allen Dingen wissen wir, man weiß ja noch nicht genau, was hier passiert ist eigentlich. Deswegen kann man hier gar nicht so richtig klug scheißen. Es steht zwar über das Mutanten und tralala, aber niemand weiß genau, wie die hier hergekommen sind. Außer die Entwickler natürlich. Und die werden es einem momentan noch nicht sagen. Fast habe ich das Gefühl, man könnte hier irgendwann noch eine Story reinbauen. Ich weiß es nicht. So. Alter, hier sind ja schon wieder... Ich glaube, die Effigies kommen immer wieder neu, oder? Ja, die kommen immer wieder neu. Die respawnen immer wieder. Wir können die hier gar nicht abbauen, wie es aussieht. Das heißt aber, wir haben unendlich viele Stickys. Auch praktisch. Boah, habe ich gerade geschrien. Auch praktisch. Ähm. Auch praktisch. Jo, die kommt immer wieder neu. Auch Geld und Dosen und sowas, wie es aussieht. Das heißt, wir haben hier eigentlich echt eine gute Location, theoretisch, um uns immer auszurüsten. Leider habe ich das Gefühl, auch die U-Reinwohner kommt immer wieder neu. Ne. Und wir müssen immer noch den Lockslet fertig kriegen. Ich nutze die Nacht gerade mal, um den Lockslet und sowas ein bisschen voranzutreiben. Ähm. Dann können wir immer noch schlafen gehen. Oh, Medizin. Sehr gut. Äh. So. Medizin haben wir bis jetzt auch noch nicht gebraucht, ne? Ich glaube, Medizin kann man jetzt brauchen im Multiplayer-Modus. Wenn der Kollege down geht, kann man den mit Medizin wieder, ähm, wiederbeleben. Da ist man nicht sofort tot im Multiplayer-Modus, sondern man hat immer noch die Chance, wiederbelebt zu werden. Das Problem ist, wenn wir die ganzen Ifijis auseinandernehmen, dass das ganze Gekrempel, das da runterfällt. Alter, ich nehme nochmal diesen Stick. Dass das ganze Gekrempel, was da runterfällt, ja bleibt. Und dadurch haben wir immer mehr Steine, hier Clothes kann man mitnehmen und immer mehr Skelettkörper und sowas. Das ist natürlich ein bisschen doof. Also wenn ich das jetzt auseinandernehme, dann klumpen wir uns die ganze Gegend zu und das despaunt auch nicht, wie es aussieht. Ja, das ist doof. Ich glaube, da sammle ich lieber normale Stickies, weil ich möchte nicht, dass hier irgendwie... Böhm. Was los? Na komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Da, unglaublich, was feines für dich, was feines. Na siehste mal, so wird's gemacht. So, wieder ein neues Köpfchen fürs Ifiji. Ifiji. So. Einer down. Der Typ, der hier immer durchs Bild läuft irgendwie. Alter. Ja. Ja, die Kaninchenfalle scheint nicht so gut zu funktionieren. Ich wünschte, man könnte die wieder dekonstruieren. Hey, Schnucki. Wie sieht's aus? Meine Feuer-Girl. Na, da krieg ich ihn nicht mehr. So, da haben wir wieder ein Köpfchen fürs Ifiji und ich glaube, wir kriegen's fertig. Kollege. Kollege, komm her, hallo ihr. Hallo. Kollege ignoriert uns. Find ich nicht gut. Jetzt bräuchten wir irgendwas damit, weil wir den ranlocken können. Irgendeine Geräuschkulisse. Zum Beispiel Geräuschkulisse seines zerberstenden Schädels. Das mag jetzt makaber klingen, aber hey. So, Schädel haben wir aufgenommen. Was rutscht denn da noch fröhlich durch die Gegend? Es ist ein Füßelein. Äh, das soll mir auch recht sein. Was willst du denn? Was? Was denn? Was denn? Ja? Bist du sicher? Wir zittern ein bisschen. Uns ist ein bisschen kalt. Komm mal her. Hey, komm mal her. Komm mal her. Jetzt reicht's mir aber. Du dumme Gurke. Ach ja. So, schalten wir dir mal die Lichter aus. Und da wir momentan... Oh, da liegt ein Kopf. Das ist ja gut zu wissen. Da wir momentan ja für das Effigi noch ein bisschen was brauchen. Hier für uns auch noch, für den Locksled. Wieso habe ich jetzt einen Stein? Ach, sieh mal eine an. Ach, ist das schön. Ah, in Winternächten wärmt mich das. Ha, ist das schön. Das Problem ist nur, wir haben jetzt da draußen immer noch viel zu viele Leichen, viel zu viel Unrat, viel zu viel Krempel. Ich wünschte, die Leichenteile würden zumindest nach einer Zeit irgendwie... Naja, vergehen. Mehr oder weniger ist für den Tag. Okay. Äh, dass die hier mal verschwinden nach einer Weile. Aber leider... Zähne kann ich mitnehmen. Aber den Rest, der wird uns hier ewig bleiben, fürchtig. Apropos Zähne. Hm, Zähne, 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 Zähne. Hier erstmal da weg. Ah, wie viel Gelumpe man hier vor der Haustür liegen hat. Bis man hier mal recht schaffen, alle Zähne der Einwohner wegklauen kann. Hat der hier nicht eine Zahnspur gelegt? Ja, ne, also. So, das brauchen wir nicht. Äh, das ist ja langsam echt lästig. So, hier haben wir noch ein paar Pilze. Da hat er noch Zähne im Arsch mal wieder. Ähm, und dann... Wir brauchen einfach nur die Zähne. Das Problem ist, wir haben ja echt bald ein Riesenfeld mit Körperteilen rumfliegen. Und das ist, äh... Ja, ein bisschen doof. Ich lass den da mal liegen, gerade vor der Haustür, damit wir da nicht die ganzen Körperteile haben. Hier wieder einer mit Halbglatze. Den Kopf schmeiß ich mal weg. Die Zähne haben wir, glaub ich, mitgenommen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Dann können wir unsere Waffe doch eigentlich bald wieder mit neuen Prothesen bekleben. Ich weiß gar nicht, ob die verschwinden langsam bei Kämpfen. Das kann ich gar nicht so sicher sagen. So, ich weiß nur, wir brauchen noch drei Stickies. Dann haben wir einen Loxlet fertig. Und der, das mit der Kaninchenfalle scheint ja nicht so gut zu klappen. Da drin zumindest. Also müssen wir draußen noch eine bauen, was echt blöd ist, weil die eine Menge... Was? Ein Lurch? Ein... Ich krieg den gar nicht raus. Jetzt will ich den Lurch da rausholen, aber es geht einmal nicht. Wieso zündet der den Lurch an? Ich krieg den Lurch nicht raus. Ich glaube, der sollte doch gar nicht drin sein, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Na gut, dann haben wir jetzt ein Haus, Lurch. Ich weiß nicht genau, wie lange der da bleibt. Öh. Ich liebe dich. Bitte weich nicht zurück. Ich liebe dich. Komm zu mir. Bitte lauf nicht weg. Ich bin einsam. Bitte. Bitte. Ich suche doch nur Gesellschaft auf dieser Insel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nein. Ja, sag meinen Namen. Ich heiße... Ah. So. Witzig. Ach, Schnauze. Warum greifst du mich denn jetzt an? Ich habe nichts getan. Ich habe dir nur noch einen Platz gezeigt. Huch. Der hat sich jetzt nochmal erwischt. Ich glaube es nicht. So. Die Zähne breche ich ihr natürlich raus. Das tut mir leid, dass ich... Ich habe sie geliebt. Ich habe sie geliebt. Es war eine herzende Angelegenheit. So. Sylvester Sloan Wein. Ich habe sie geliebt. So. Wir brauchen Stickies. Und wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Deswegen, ich trinke mir mal ganz eben hier ein Döschen. Wir kriegen hier offenbar wieder auf fünf hochgestockt immer wieder. Ein bisschen Pilze können wir auch machen. Dann haben wir den Bauch wieder ein bisschen voll. Und wir brauchen Stickies. Das heißt, jetzt erstmal wieder gucken, dass wir ein bisschen weiterkommen. Ich würde jetzt gerne diesen komischen Lockslet da fertig kriegen. Lockslet, Lockslet. Kann ich nicht sehen, was ich da esse. Deswegen esse ich es nicht. Ähm... Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ach, ernsthaft. Hallo, fliegender Tisch. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall öfter Besuch. Scheiße. Jetzt sogar tagsüber. Boah, das ist ja jetzt aber ein bisschen ätzend. Blöd. Hey, psst. Hey, ich bin sehr einsam. Komm zu mir. Hey, ich bin doch gar nicht lange hier im Knast. Ich bin unschuldig. Unser Lurch ist weg. Der hat doch ausgeliefert. So. Hey, psst. Hey. Hey. Hey, du gefällst mir. Hey. Komm her. Hey, du gefällst mir. Mhm. Mhm. Jessica, bist du es? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir machen mal folgendes. Ich speichere mal eben. Und ich glaube, es ist inzwischen auch schon bestimmt halb sieben oder so. Ich habe keine Ahnung. Die Folge hat ja eh wieder überlängig. Ich sehe es ja jetzt schon. Und ich gucke mal kurz, was der Endscreen so macht. So, ja, jetzt überlassen wir die Angelegenheit auch mal Zukunftsgronk, denn ich werde mich auf jeden Fall jetzt nochmal hinhauen. Heute ist noch Livestream. Inzwischen müsste Freitag sein, wo ich hier gerade aufnehme. Und was wollte ich sagen, nicht lügen. Wir bauen uns hier nochmal eine kleine Festung hin, glaube ich. Das finde ich schon ganz spannend. Und danach, wenn wir hier soweit die Dinger aufgebaut und verbunden haben, ich hoffe, wir kommen noch dazu, irgendwie genug Holz zu schlachten. Also folgendes. Wenn jetzt hier wirklich immer nur noch Ur-Reinwohner sind und wir kommen nicht mehr dazu, den Wald zu roden, um die Brücken zu bauen und diese Plattformen zu bauen, dann gehen wir in die Höhle. Oder aber wir kommen dazu, nochmal alles zu Ende zu bauen, dann gehen wir auch in die Höhle. Also so oder so, wir gehen in die Höhle. Zukunftsgronk wird sich freuen. Auf jeden Fall mit der neuen Waffe bin ich ein bisschen optimistischer als damals noch mit der Axt. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Grüßt mir in die Zukunftsgronk und bis dahin. Ciao mit V. Ciao. Musik Musik Musik